Moin, hier ist Heini, jetzt geht das weiter mit Eurotruck Simulator 2, und zwar die TSM-Map. Ja, da wollen wir mal sehen, wir sind, glaube ich, zwischen England angekommen. Ich meine von wohl, ne? Einfach, wir wollen mal gucken, was wäre noch schneller Auftrag. Was wir haben und wo wir hinfahren. Ähm, na, wir fahren nach Deutschland, sonst krieg ich wieder Luck. So eine schöne Map, ne? Müssen wir erstmal nur mal gucken. Cool, ne, ne, wir wollen ja hier wieder. Versandort. Oh, denn so stark, denn ich bin doch jetzt in hier China, oder ne? Hä? Hä? Ich steh da, ich hab meine Ware doch abgeliefert, oder hab ich mal einfach hingestellt? Ach, ich Idiot, ich bin doch gar nicht angekommen. Ich bin ja auf die falsche Seite. Entschuldigung, ich dachte, ich hab das schon abgeliefert. Ich war schon ein Video voraus. Ach, ich fall horse. Das Gift ja nicht, ey. Dann wollen wir mal sehen, dass wir da noch hinkommen, ne? Oh Gott, wie peinlich ist das denn? Ich wundere mich schon. Da, hier, da, wer piept, ob er dann zu Pech hat, ne? Stimmt, ja. Ups. Wir wollen mal von London, ne, von London nicht, sondern von, von wo sind wir mal? Wenn wir da hinten angekommen sind, nach Deutschland, dann und dann gen Süden. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir schneller diesmal eine Garage kaufen. Und auch schneller mal, was piept dann der Nahe hier? Eine Garage kaufen und dann eben auch schneller eben jemand einstellen, ne? So lange war das gar nicht mehr, bis ich da mein Ziel angekommen bin. Ich mein, das müsste gleich kommen. Ich hab kurz, was ich hier mal auf Pause gedrückt. Da ging das Telefon hier. Ich wollt grad sagen, wie so zwei Sprüche, aber der holt mich. Puh, da hast du aber Glück gehabt, du. Und dann, wie in England sind. Da gibt's aber wirklich, du. Oh, ein Verschämtheit. Da muss ich, wenn ich im echten Leben nach England fahr, ey. Weil ich mir das vorstelle, ich hier einmal am Drümeln bin. Und dann sagst du, ach, ich muss rechts fahren und dann klatsch. Wie viele Unfälle wohl dir hätte ich passieren, du, solche Schüssellichkeiten? Da muss ich mir gut mit vorstellen, dass ich da irgendwie so sage, so wie jetzt. Ach, rechts, ein Geistesfahrer, zack, bumm, schlapp, dumm, fertig. Klatsch, bumm. Ach, so, ich wollt grad sagen, der fährt auf meine Spur. Das fährt so super hier, ne? Hier wackelt gar nix, seht ihr ja auch in die Kurven. Wie schön, wie vernünftig wir fahren, ne? Wird immer besser. Hier, da können wir mal hupen. Wie hupen man da nicht auf Englisch? Hupen, hupen. Hupen, hupen. Ne, das ist türkisch, hupen, hupen. Hupen, hupen ist russisch. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ich bin auch gespannt, was uns alles erwartet, wenn wir da angekommen sind. Oder ich mal in Richtung Germany. Fährt so sogar, ne? Guck euch das an. So, dann wollen wir mal sehen. Ach, ich will auch behaufen, dass unsere E-Mails hier nicht über die NS-E gehört werden. Das Merkel alles weiß, was wir machen, ne? Da, da, ein Plippi aus dem Märk hier. Tatsachti. So, was haben wir denn da? Dann gehen wir mal hier. Ist doch hier, ne? Genau. Sheffield. Genau, Sheffield war da, wo wir hin wurden. Ich hab den Namen wieder vergessen. Hier hab ich irgendwie so ein Problem, dass ich alles vergesse. So, jetzt kommen wir fast an. Ist das richtig, was ich hier mache? Ja, war da, denke ich mal, von wohl. Jo. Autobahn in England, links. Wie muss ich das eigentlich hier? Wenn ich jetzt bei uns fahre, ich glaube, die schnellere Seite ist dann links, ne? Ja, denke ich mal, das ist alles spiegelverkehrt, du Hauriuses. So, wir fahren vernünftig vor und ich will mal um die Gegend anklicken. Ja, sehr schön. Kann ja nicht mehr weit sein, wo wir hin müssen. Ups. Ein bisschen von Spur aufkommen, wenn wir vielleicht sehen. Der sah aus wie ein Volvo da vorne, ne? Komm mal zurück, wach mal eben. Ey, ich kann nicht schneller. Wollen wir nur spielen machen, was für ein Auto das ist. Schwer zu sagen. Die fahnen so schnell, das ist ein paar soart was. Und was kommt jetzt für eine Karre an? Ja, ein Golf, ganz klare Sache. Nein, wo muss ich hin? Ha-blüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Ich bleibe hier stehen. Irgendwie ist das... Ich traue dich nicht so. Ach du Scheiße, das war wirklich Sorge. Das war knapp. So ein Dreckskacke. Sind wir da angekommen, denke ich mal, dahinten, ne? Wir drücken mal ganz kurzfristig. Wie Merkel schlug. Warten wir denn durch. Ja, da ist das ja schon. Ist ja gar nicht mehr weit. Wieso habe ich eigentlich... Das war ein Fort. Bin ich eingeschlafen, wenn ich es mal denken. Ich hatte so eine scheiß Nacht gehabt. Irgendwie kann ich mein Wasserbett neben mir schloppen. Ich glaube, ich muss mal in eine Scheune pennen oder so, wenn ich weiter rumreiße. Ich verfrachte, wie ich mein Engel raus aus dem Schlafzimmer. Kann ich um den Balkon schloppen. Ja, war klar, da die Jungen leider wieder piepen, ne? Das muss ich aber aufheben. Das ist Scheffield. Ah, ich bin bestimmt wieder falsch hier. Ach, äh. Jetzt muss ich wieder komplett... Warte, jetzt bin ich ja linke Seite. Ich glaube, das ist richtig, ne? Scheffield. Oha, oha, oha. Kennt ihr das, dass ihr da so geredet seid, wenn der aufsteht? Warte mal, warte mal, warte mal, mach mal den hin. Ich fahre mal gerade aus. Entschuldigung. Wieso war denn da hinten von mir jetzt so ein Auffahrer... Ach, das war ein Auffahrer und kein Ab... Ja. Ey, du musst ja wirklich nicht alles komplett umdenken hier, du. Ich fahre nie nach England, denn das sage ich jetzt schon so. Das muss ich gerade aus und dann muss ich hier und da. Hier und da. Genau. Und hier blinken. Blink, blink. Meine Fresse, du, lass mich nie nach England hin. Ich wähle mich lieber als Bundeskanzler. Da kann ich genauso viel Scheiße bauen wie Angie. Das kriege ich auch noch hin, das glaubt mir mal. Ja, das ist anders hier, du. Und dir das regnet. Mein, 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 mein Wasserwaage, da. Mein, oh, Wasserwaage, sage ich schon. Mein, 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 mein Scheibenwischer. Ich weiß nicht, wie schnell man hier fahren darf. Ich hab nicht drauf geachtet. Da vorne ist ein Schild. Und durchgestrichen. Ups. War 30 durchgestrichen. Hab ich gar nicht gesehen jetzt. Mir ist ein Regentroffel im Auge eingefallen. Zack. Dann sind wir ja schon wieder auf dem richtigen Weg da. Wieso wohl zwar nicht hier die da, du, da 30 fahren. Gipsnacken, ne? Du, QW. Ne, LKW. Aber wir sind jetzt gleich da. Das hat Schöne da dran. Erst auf mal in Sheffield. Haben wir schon zweimal einen. Wir waren in Covenhagen. Und in Sheffield jetzt. Schön. Und jetzt muss ich erstmal sehen. Ich, ich, mein Navi, 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 Navi. Größer, größer. Nein, 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 nein. Halt, 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 halt. Mach hier keinen Lärm, ey. So. Müssen wir über die Kreuzung weg. Und dann ist das rechts dahinten. Okay. Und da ging auch wieder fast so ne Hose. Hallo. Kollege. Na, wie geht's dir? Mach mal deinen Funk an. Wegen Frequenz bist du denn? Kannst du mal bitte gucken, was ich mit dir rede? Ich bin nicht. Affenmoors. Klar, die war da ne Grab, du. So. Ich bin auch richtig, ne? Seiten, ich war ja vor der Strahlseite. Oh, oh. Rechts. Da muss ich hin. Da muss ich gucken, was kommt. Um Gottes Willen. Ah, ne, die dürfen ja gar nicht von hinten kommen, denn anscheinend. Ne, genau. Nur von vorne und da kommen wir ja nirgends. So, dann zeige ich euch noch einmal, wie immer, ne? So, meinen perfekten Einparken. Ja. Mit der Marlene hin losgeht, was ich jetzt versuche. Ja, fast. Also beim ersten Mal klappt's auch nie, ne? Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich bleibe so stehen, das ist ja nicht ganz gut so, oder? Ja, also beim Bestehen scheiß drauf. Das dauert ja 100 Jahre. Wann haben wir denn gefahrene Strecke, wie immer? Dauer 18 Stunden, 18 Stunden. Darum bin ich auch so müde, das erklärt natürlich alles. Ich sage mal, Wasserbälle schuld. Stimmt ja gar nicht. Fortfahren. Und jetzt können wir mal gucken, was haben wir denn noch? Du sammelst, wir haben eine arbeitwärtsvolle Erfahrung. Je mehr Kino du sammelst. Fernfahrten machen wir mal eben hier so ein paar hin. Anwenden. Und jetzt Auftragsangebot. Jetzt wollen wir da nochmal gucken. Wir haben 6.642, das ist schön. Und jetzt wollen wir mal sehen, da wie vor... Ne, 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 ne. Wir wollen jetzt nach Dütsch... Hier, Niederlande. Bist du besoffen, oder? Ich bin auch schon hier in Niederlande. Ich will auch hier ganz normal, wo wir Holland... Und entweder von Holland nach Dütschland. Ja, ich muss erst mal hier Versandort, dann habe ich mich auch noch nicht so auf dem Schirm, ne. Bestimmungsort. Kopenhagen, Kopenhagen, Kohlings, Flensburg, da ist Deutschland. Ne, aber alles von Dänemark, was ist das für eine Scheiße? Muss ich wieder nach Dänemark zurück? Das ist gar kein deutsches Land bei hier, ne? Kassel, aber auch von Thorn. Naja, ich glaube, ich muss zurück, weil sonst bringt er da nichts. Wir müssen Sheffield nach Kiel. Dann müssen wir über... Ja, okay, scheiß drauf. Dann nehmen wir den einfach an. Und fahren Richtung Kiel und dann sind wir erst mal wieder in Germany. Und dann können wir mal sehen, was wie morgen, ne. So, machen wir das auch. Und erstmal eine Ayakiste. Ach ja, die Geschichte. Ayakiste hinten rauf. Warte mal ganz kurz, was ist das denn? Ah! Ne, ne? Was ist das denn? Wie soll das denn gehen? Ich muss links und man steuern... Ach, du Scheiße. Was gebt ihr mir jetzt denn für eine Kacke? Das kann ja gar nicht werden. Was ist das überhaupt geladen? Ach, jetzt ist alles längst. Jetzt muss ich alles nach links gucken. Ach, du Scheiße. So, gegen... Sand. Ja, Sand. Als wenn die in Kiel keinen Sand haben, ey. Ich konnte so in Stornen schlafen. Ach, du wartest, mein Freund. Das ist aber auch am Regnen hier, ne. Oh, das muss ich aber wirklich hier, ne. Und ich muss da links gucken. Ach, da ist mein Spiegel. Halt Scheibenwischer an. Jetzt weiß ich auch warum ich nix sehe. Ich hab Scheibenwischer aus. Ach, hier ist so. Dann muss ich jetzt mal wie gut. So, hört sie sich. Ist gut, ich sehe den Rechner und den Spiegel. Nein, ob der mit mir spricht jetzt. Sehe ich gar nicht. Boah, einfach wie ein Scheißwetter. Das ist ja nun ärgerlich. Aber jetzt aber gar schnell weg hier. Das ist aber klar. England, kommst du in England an, gleich am Pissen. Das ist schon mal wie in Deutschland hier. Ne, Mann, 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 Mann. Soll Merkel eben einen Antrag stellen, ob er hier wohnen darf. Da passt er gut rein. So, komm mal ab zu der Kurve. Kann nix passieren, sagst du. Das ist echt ungewohnt, wenn du da auf die linke Seite jetzt setzt. Och, du dickes Ei. Ey, das groß wäre ja nicht nach Sheffield gefroren. Mann, Mann, Mann. Ja, ich denke, ich gucke hier mal. Kommt der Fall zur Seite, gucke ich hin. Das ist der Navi jetzt unten. Das ist der links. Komm hier rein, raufklammert mein süßes kleines Gehirn, ne. Autsch. Aber bis jetzt geht's, ne. Was ist durchgestrichen? 60, ne. Ich seh das immer durchgestrichen. Wie kommt das? 60, so weit komm ich ja noch gar nicht. Nein, 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 du. Aber da war ein bisschen, bis ich hier am Schiff bin. Ja gut, wir machen das so. Wir machen hier. Cut, cut, cut. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal... Nein, oh, fahrs. Halt. Ey, fast wieder verfahren. Die scheiß Ausfahrten, ich seh die immer nicht. Ich muss nach oben Navi kriegen, so ein Dreckskack. Entschuldigung, dass ich fluche. Deswegen fahrs mal hinten los. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich echt freuen. Und, äh, ja, wir sind hier auf dem Weg nach Dänemark. Und von da aus geht's automatisch nach, äh, 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 hier, da. Kiel. Boah, das ist hier ungewohnt, ey, mit Ausfahrten, ey. Das kommt. Ich bin froh, wenn ich hier wieder raus bin aus England. Die sehen mich dann so schnell nicht wieder. Ne? Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.